Hallo Kinder, da seid ihr ja wieder. Hallo. Heute habe ich euch einen Freund mitgebracht. Das ist Bello. Bello kann ganz toll schnüffeln. Bello, aus, aus. Hallo, da ist du. Und jetzt, jetzt suchst du mir mein Osterei, ok? Nein, da ist es nicht. Oh, was bringst du denn da? Ein Huhn? Oh, lass das Huhn los. Uh, jetzt hat das Huhn doch wirklich ein Ei gelegt. Bello, du bist ja toll. Ja, jetzt können wir Ostern feiern. Na gut, dann frohe Ostern, liebe Eltern, liebe Kinder und liebe Kollegen. Tschüss und Kolleginnen.